Hier ist auch nichts. Kuscheln. Wende kuscheln. Nob. Nob. Kann ich das schieben? Warte, kann ich auch nichts machen. Hier ist nichts. Hier ist nichts. Nob. Ich habe ja schon nach Fisseln geguckt, Moiltec, aber irgendwie ist er nicht. Also, keine Ahnung. Deswegen bin ich gerade verwirrt. Ich habe ja auch schon nach Fisseln geguckt, aber ich sehe ja nirgends wo einen. Also. Ich bin zu dumm für das Game. Oh. Ja. Ahem. Gut. Gut. Zurück kann ich nicht. Gut. Okay. Okay. Die Shopkeeper. Was ist das? Ja. Die Stiftung der Stadt beginnt zu missen und so mehr und mehr und mehr und mehr Leute beginnt zu finden. Und mehr und mehr Puppets beginnt zu finden. Okay. Ähm. Ich glaube es. Keine gute Idee, aber. Hi. Gut. Ich weiß nicht, was du machst, aber ich mag es auch nicht wissen. Können wir uns darauf einigen, mein lieber Freund? Ja? Gut. Ich habe ein Problem mit dir, mein Freund. Ich finde mich hier zugleich tot. Ah. 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 Los, 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 Los Ja, Voltec nach wie vor hier ordentlich am Wismos-Farmen. Gut, nochmal. Wie viel haben wir es eigentlich? 23, 43, okay. Continue. Down, to the river. Gut, next. Again. Hallo? Gut. Man ist auch ein bisschen unfair gewesen mit dem Typi. Also mit diesem Raum da. Also das ist halt... Ja, man hat halt ein bisschen Glück, das Geschichten. Können wir aber testen, ob man immer wieder denselben kriegen von der Spezies. Oder ob vielleicht selbst ein anderer kommt. Ja, um hier zu überleben, dann machst du ja öffnen, das ist halt der Quattrogramm. Oh mein Gott, ja. Kim pickt ab. Der selbe Weg? Ja. Komisch, schnell ist ja voll random. Entschuldigung. Okay. Okay. Ja, ein bisschen random ist es schon. Okay. Gut. Hier lang. Hoffen wir, dass wir nicht mal den richtigen Weg gehen. Fick dich. Der war jetzt überraschend. Ähm, hallo? Alter, wie schnell geht der? Alter, ihr seht doch schon, wie schnell ich den durchrasen, ne? Alter, der ist ja... Sau schnell. Ja, ist in Ordnung. Also langsam finde ich es unfair. Alter, ich laufe hier fast perfekt durch und... ... bin ich trotzdem der Arsch. Ja, komm, lass mich laufen. Scheiß Tür. Ich hör dich ja schon, Arsch. Hallo? Ey, komm, ganz ehrlich, das ist doch nicht mehr fair. Das Spiel... Hier wird das Spiel echt unfair. Ne. Stimmt, hier lang. Fuck dich. Ey, fick dich. Fick dich, fick dich, fick dich, fick dich. Ey. Ey, ganz ehrlich, das ist doch nicht mehr fair. Wie schnell muss ich denn da durch? Das hat doch nichts mehr mit Horror zu tun. Ja. Ah. Ich muss hinter mir gucken? Okay. Und dann verpisst er sich? Oder wie? Okay. Ich... Ich glaube dir jetzt mal. Ich muss hinter mich gucken. Okay, gut. Entschuldigung. Du musst bedenken, ich kann nicht... Ich habe das Bild im Fullscreen. Und deswegen kann ich nicht, äh... 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 Läuft er da langsamer oder so? Ich glaube einfach... Gut. Wird schon so sein. Game safe, down, bitte. Ich muss also hinter mich gucken. Weil ist ja alles kein Problem. Das kriegen wir alles hin. Glaube ich zumindest. Wenn das so ist, dann ist das so. Dann muss ich einfach hinter mich gucken. Voll schweete Musik hier. Mal hier lang. Ähm... Minecraft? Kennt die jemand? Vielleicht Kickstarter-Spieler? Ich weiß es nicht. Geschichte interessiert mich nicht. Und wenn ich hinter mich gucke, kriegt er mich nicht. Sagst du. Also ich werde so aber an, hinter mich zu gucken. Wenn ich es hinkriege. Aber ich meine, in den meisten Raum kann ich ja wirklich durchrushen. Okay. Ähm... Das hat nicht geholfen! Ich probiere es jetzt mal. Okay. Fick dich! Ähm... Danke für den Follower. Ich gucke gleich, wer es ist. Ähm... Ist der nach wie vor da eigentlich? Hahahaha... Also einfach... Okay. Wollen wir einfach rückwärts gehen. Danke für den Tipp. Danke für den Tipp, Schneiker. Aus Schnickers. Das ist legitim. Nebenbei läuft er mir wieder hinterher, sobald ich nach vorne gucke. Gut. 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 Passt. Passt. Bisher. Hallo, mein Freund. Aber du kannst diese Cheetah-Wägel nehmen, ne? Ich merke schon. Richtig gemein. Die Sache ist, inzwischen fürchte ich mich nicht mehr vor dem Game. Das ist immer ein kleines Problem. Aktuell. Also ich sag das jetzt, ne? Aber... Hallo? Okay, jetzt ist die Frage, taucht er noch auf? Oder ist er schon wieder weg? Oder ist er schon wieder weg? Ist er jetzt weg? Oh, ich brauche keine Angst mehr zu haben. Ich glaube, er ist weg. Ich glaube, er ist weg. Das Telt kann ja richtig mies sein. Das Telt kann ja richtig mies sein. Gut. Also langsam bin ich drinnen mit diesem Horror-Ding. Zeit, wenn man auch echt am Anfang so ein bisschen reinkommt. Am Anfang ist glaube ich mal...